so moin und herzlichen glückwunsch zu diesem neuen video mutti sagt hallo ja beim letzten mal haben wir uns den escudo in sardinia auf den zahn gelegt hier nochmal das setup oben rechts in der ecke für euch verlinkt heute zeige ich euch wie man aus dem escudo einen verdammten tokyo expressway killermacht im lp 600 und auf geht's los in diesem sinne willkommen zurück zu an turismo 7 und zu unserem black beauty im hintergrund ja das heutige setup ist in zusammenarbeit mit einem zuschauer entstanden der so nett war dieses setup in die kommentare zu posten nach kürzerer recherche habe ich auch rausgefunden wo er das setup er hat aber leider ist mir der name des youtubers jetzt entfallen es kann es gar kann es sein dass der skullbusters oder so ähnlich heißt ich weiß jetzt nicht mehr genau wie der hieß aber der zuschauer der mir dieses setup zugetragen hat war der thomas und der thomas hat sich die mühe gemacht das ganze im kommentarbereich h klein aufzuschreiben ja thomas ich habe mich auch weitestgehend an dein setup gehalten habe aber ein paar kleinere verbesserungen durchgeführt es ist nicht viel aber ich konnte noch ein bisschen was an leistung rauskitzeln und ja ich bin sehr zufrieden wie er da steht wir fahren den suzuki v6s kudo pikes peak special wer den noch nicht hat sollte sich den möglichst zeitnah zulegen weil das ding ist eine echte allzweckwaffe wir haben letztens gesagt das ist die eierlegende wollmilchsau ich würde fast sagen das ding ist ein schweizer taschenmesser und zwar gibt es den aktuell bei den legendären autos hier für nur 1,7 millionen credits und ich sag euch er ist jeden einzelnen credit wert übrigens diese woche neue autos und es gibt jetzt den den f40 von 92 den habe ich mir direkt heute mal gekauft und den toyota 2000 gt ne den habe ich schon jaguar die habe ich ja alle schon 20 millionen kostet der gto ok ne die anderen habe ich schon ja ich warte immer noch dass der amg wieder reinkommt den ihr mir immer vorschlagt den ich unbedingt mal fahren soll der so teuer war so wir tunen unseren escudo jetzt erstmal auf 600 lp und dann schauen wir uns an wie das ding gefahren ist so war unser letztes setup das sardinia setup und wir haben als allererstes komfort weich reifen gekauft für euch für die einkaufsliste können wir auch kurz sollen wir die kurz zuerst durchgehen oder machen wir es während wir hier durchgehen weil so viel ist es eigentlich nicht ach komm wir gehen kurz zu gt auto und ich zeige euch das so klassisch wie wir das sonst auch gemacht haben dann kommen wir auch nicht durcheinander nicht gt auto natürlich zum tuningshop also zuallererst auf dir die komfort reichen die komfort reichen kennt ihr die komfort reichen das sind die leute die mit komfort reich geworden sind die die sofas und so verkauft haben die nennt man komfort reichen dieses unnütze wissen wurde ihnen präsentiert von unnützes wissen de nein ihr kauft natürlich die komfort reifen weich dann unter club sport kauft ihr den motorkraft begrenzer obwohl ihr den wahrscheinlich schon habt von unserem letzten setup den ballast falls ihr den beim letzten mal noch nicht gekauft habt der anpassbare computer ist drin das ist auch alles drin ich glaube unter extrem genau wir kaufen den lenkwinkel adapter der war nämlich noch nicht drin und ich finde der macht auf tokio ganz schönen unterschied also ich finde es echt angenehm mit dem zu fahren wem es nicht gefällt er kann ihn ja ausbauen ihr könnt ihn pro befahren und wenn ihr das gefühl habt ne der verhält sich komisch in den kurven für meinen fahrverhalten dann könnt ihr den einfach wieder ausbauen der kostet ja nicht die welt so wenn ihr die teile gekauft habt geht ihr in die fahrzeugeinstellungen und dann sieht das ganze wie folgt aus lp 600 tokio ihr seht ich bin auf 5 99 83 weiß nicht mehr auf wie viel der thomas war müsste ich mal in den kommentaren des letzten videos schauen aber ja hier auf der linken seite haben wir uns auf jeden fall an seine angaben gehalten beziehungsweise an die angaben von skullbusters oder so ähnlich ich gucke nachher wie der heißt ich verlinke auf jeden fall sein setup video auch noch mal unten drunter es ist zwar nicht mehr ganz sein setup aber wir haben uns ja an ihm orientiert von dem her finde ich das völlig in ordnung wenn der bei uns dann auch noch mal ein bisschen genannt wird stattfindet so wir haben vorne 160 mm das ist ganz hoch wir haben hinten 125 mm das ist so ein bisschen in der mitte wir haben den stabi zwei hoch gesetzt auf 7 vorne hinten haben wir fünf gelassen dämpfungsgrad haben wir gelassen bei 40 dann die ausdehnung haben wir auf 45 geschraubt hinten haben wir sie gelassen auf 50 dann die eigenfrequenz auf 35 hinten auf 4 den negativen sturz auf 0,3 vorne und hinten dann haben wir hier eine schöne nachspur von 0,04 und eine vorspur von 0,30 beim getriebe sind wir beim anfangs drehmoment auf 16 das liegt einfach nur daran dass wir hier auf 599 83 kommen weil wenn wir die zahl verändern dann ändern sich halt auch die lp so ist die zahl entstanden ja die sensibilität der beschleunigung ist bei 25 und den rest haben wir so gelassen wie im letzten setup also 10 40 20 und bremsempfindlichkeit vorne 10 den abtrieb haben wir geändert und zwar wie folgt vorne minimum hinten maximum das kennt ihr schon von anderen tokyo builds bei dem ferrari 430 kann ich euch auch gern oben rechts noch mal verlinken das war auch ein sehr schönes tokyo bild da haben wir das genauso gemacht dann bin ich bei der leistungsanpassung auf 82 prozent runter ab 181 ballast zugeladen da ist auch schon der gravierendste unterschied ich glaube thomas und skullbusters sorry wenn ich den namen falsch sage sind mit 200 ballast unterwegs ja wir sind hier nur mit 181 ballast unterwegs bei einer positionierung von minus 50 was der front entspricht motorkraft begrenzer ist bei 100 prozent dann muss man vom voll anpassbaren renngetriebe was wir das letzte mal genutzt haben auf normal runter gehen und dann stimmt es auch mit den leistungspunkten ja wie gesagt hier ist noch der lenkwinkel adapter drin und der rest ist alles standard sollte eure lp zahl aus irgendeinem grund von meiner abweichen und vielleicht sogar über 600 gehen könnt ihr entweder ein kilo mehr ballast drauf machen um das auszugleichen oder ihr holt euch dieselbe livery wie ich sie drauf habe denselben paintjob weil mir ist aufgefallen dass bei den paintjob sind ja oft felgen dabei und andere spoiler in dem fall ist es der der standard spoiler der dürfte es nicht sein aber tatsächlich ändern die felgen manchmal die leistungspunkte es macht für mich keinen sinn wenn die dieselben dimensionen haben aber aus irgendeinem grund hat polyphony digital gedacht andere felgen andere leistungspunkte also falls ihr da irgendwelche diskrepanzen feststellt kann es daran liegen ich empfehle immer wenn ihr meine setup so genau wie möglich nachbauen wollt dass sie dann auch meine livery mit nachbaut ich kann die meistens nicht mehr nennen weil zu dem zeitpunkt als ich die runtergeladen habe das ist ja meistens wochen her so lange kann ich mir das nicht merken ich zeige euch aber noch mal ganz kurz wo die herkommen damit ihr das nachmachen könnt einmal hier in gt auto auf die fahrzeuganpassung ganz rechts aufs die laden und wenn ihr hier auf die inhaltssuche geht bekommt ihr die community erstellten liveries angezeigt da gibt es dann hier so ein klassisches schwarz und da gibt es dann auch irgendwo diese on livery glaube ich hieß die ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie die hieß aber wenn ihr tron in die suche eingibt müsstet ihr die eigentlich auch finden habt ihr die schon gesehen und ich habe sie übersehen hier muss die irgendwo sein jetzt finde ich sie selbst nicht mehr oder ist aber auch schön oder auch geil aus da ist das hat ein junger junger mann oder eine junge dame namens gg erstellt das ist doch mal ganz nett ja also wenn ihr nach gg sucht sollte euch die eigentlich angezeigt werden das heißt wenn ihr hier auf die inhaltssuche geht stichwort gg ok das hat nicht funktioniert also das funktioniert nicht aber ihr habt ja gesehen wir haben sie von crazy taxi und crazy taxi 2 coole namen auf jeden fall so das war das also so lade ich meine liveries meistens runter wenn ich sie nicht selbst erstelle manchmal gebe ich mir die mühe meistens nicht weil es einfach zu lange dauert und weil die community so schöne dinge erstellt warum soll man sich da nicht bedienen so dann gehen wir raus ach wisst ihr was ich jetzt vergessen habe in der eile ich habe vergessen das video zu erstellen aber das soll unser nachteil nicht sein ich habe das video gespeichert und wir gucken sonst einfach in echtzeit an die vollen 29 minuten natürlich nicht ja da war ich noch am einstellen das können wir natürlich überspringen wir steigen ein wenn das rennen startet und das ist hier wir gucken es in echtzeit und ich spule einfach zwischendurch ein bisschen vor so gleich zu beginn ist festzustellen wir haben bei dem escudo das letzte mal schon festgestellt dass der ein ziemliches turbo loch hat das heißt ihr seid gut beraten wenn ihr die gänge möglichst hoch zieht damit immer unten rechts die turbo anzeige möglichst gefüllt ist weil dann holt ihr das meiste aus der karre raus ich muss dazu sagen ich bin das komplette rennen auf kraftstoffmischung 1 gefahren ich habe nicht auf mager gestellt ich fahre einfach 1 bis es nicht mehr geht oder bis ich das gefühl habe dass die reifen nicht mehr mitmachen und dann fahre ich an die box weil wir fahren jetzt weiche reifen das heißt ihr müsst wenigstens einmal reifen wechseln ja da habe ich mich frech in der kurve ein bisschen angelehnt genauso wie man es macht ja ich muss dazu sagen der wagen hat sich ausgesprochen gut gefahren er hat durch die weichen reifen relativ gute straßenlage auch jetzt hier in der ersten runde wo es ja eigentlich echt glittig zur sache geht fand ich hat er einen sehr guten grip in den kurven gehabt sehr gut für tokyo verhältnisse nicht verwechseln mit normalen rennen in tokyo ist da da gehen ja die uhren ein bisschen anders also er hat sich sehr gut gefahren das muss man sagen aber man muss extrem viel schalten klingt komisch ist aber so und zwar habe ich ganz oft runtergeschaltet um halt saft rauszuholen was ich bei anderen fahrzeugen nie machen würde wenn ich da in so eine kurve fahr im vierten gang und ich merke die kurvengeschwindigkeit reicht um rum zu kommen dann bleibe ich im vierten gang beim escudo habe ich grundsätzlich so ab der dritten vierten runde immer runtergeschaltet weil ich einfach gemerkt habe jedes mal wenn ich das ding runter schalte ballert der turbo rein und er schiebt mich richtig nach vorne ich hatte echt das gefühl dass da ganz schön was geht bei der karre ich weiß jetzt nicht mehr wie die zeiten waren ich glaube ich bin im schnitt so eine 2 13 gefahren also eine recht anständige zeit eigentlich auch und ich habe mich nicht besonders angestrengt das war heute mein erstes rennen ich war ja mit dem wagen auf der strecke noch gar nicht vertraut also das sind jetzt auch noch quasi übungsrunden weil ich vorher nie das ding auf der strecke gefahren bin in dem in dem setup ich denke wenn man mit dem setup firm ist dann kann man da locker auch eine 211 rausfahren oder vielleicht sogar eine 210 wenn man richtig gas gibt ja und ihr seht schon wieder hier über meinem kopf der gallo der legt schon wieder ganz schöne zeiten vor ich weiß nicht wie der die erste runde schafft unter 230 zu fahren bei der nese das ist jedes mal wieder beeindruckend das ist der der den nsx fährt der italiener so ja erste runde war wie gesagt recht entspannt dafür dass es so glatt war aber in der zweiten runde ging es dann um einiges besser ich spule jetzt mal ein bisschen vor sagen wir mal zur hälfte schauen wir mal wo wir da rauskommen da sind wir in runde 6 und ich bin schon erster da weiß ich aber nicht ob ich jetzt erster bin weil alle an der box waren weil ich habe definitiv alle überholt also ich habe es geschafft bevor die in die box in erster zu werden die karre ist dafür locker schnell genug ja da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen mit dem normalen getriebe ist halt bei 290 schluss also gerade so die ersten zwei drei vier runden seht ihr auf der gerade dann wie die gegnerischen fahrzeuge im rückspiegel immer größer werden lasst euch davon nicht beeindrucken zieht einfach euer ding durch in der nächsten kurve habt ihr die wieder abgehängt das ist nur diese eine gerade weil das normale getriebe halt bei 270 dicht macht ja und ihr seht es hier unten neben mir die reifen bauen schon ganz schön ab ich bin gefühlt eine runde zu spät an die box gegangen ihr seht ich habe jetzt unten rechts noch 2,5 verbleibende runden ich habe die zwei runden auch noch gefahren und bin dann erst an die box ich hätte eine runde früher an die box gehen sollen also sobald ihr merkt die reifen verlieren langsam echt an grip gerade wenn die die hinter reifen das seht ihr jetzt nicht so gut weil ich davor bin die sind ja da unten die hinter reifen sind jetzt schon so bei 60 prozent also bei 50 sollte man die wechseln ihr müsst sowieso nur einmal an die box ob ihr jetzt in runde 8 9 oder in runde 6 an die box fahrt ist völlig unerheblich also theoretisch könnte man genau in der hälfte nach sechs runden in die box auftanken reifen wechseln und dann kann man ja locker bis bis 12 durchfahren das wäre glaube ich sogar das cleverste weil dann hast du kontinuierlich denselben grip in den ersten sechs runden und in den zweiten sechs runden also ich empfehle euch geht so in der runde 6 7 an die box das habe ich nicht gemacht ja hier war ich mir nicht so ganz einig bei der kehre die habe ich manchmal im ersten gang gefahren und manchmal im zweiten wobei ich sagen muss die traktion in den ersten zwei drei gängen ist schon fies also der rutscht ganz schön weg gerade wenn man auch in diese kurve dann rein geht entweder ihr stellt die traktionskontrolle ein bisschen hoch versucht es dem ein bisschen entgegen zu wirken dann verliert ihr aber wieder beschleunigung oder ihr fahrt denn diese kehre im zweiten gang ich würde sie im zweiten gang fahren ja hier bergab geht sogar bis 290 ist mir vorhin gar nicht aufgefallen ja wie gesagt ich habe dann jetzt noch die achte runde durchgeprügelt und bin dann erst vor der neunten runde in die box ich hätte anderthalb runden früher oder zwei runden früher reingehen sollen anderthalb wie kann man denn eine halbe runde ach hört auf der papa erzählt wieder mist ja es ist spät am sonntagabend wir haben schon 23 21 ich weiß gar nicht ob es so clever ist das video heute abend noch hochzuladen weil dann kriege ich über nacht wieder keine klicks weil alle im bett sind ja das den fehler habe ich jetzt schon ein paar mal gemacht aber kennt ihr das wenn wenn ihr was fertig habt wollt ihr das auch raushauen also früher war es bei mir schon so wenn ich irgendwie ein bild für meine eltern gemalt habe so was weiß ich für weihnachten oder so dann wollte ich das den unbedingt zeigen weil ich ja so stolz drauf war und dann war das für mich so schwer das einzupacken und dann erst an weihnachten schenken zu können ich bin da nicht so geduldig und ungefähr so ist es jetzt mit dem video betrachtet dieses video als mein weihnachtsgeschenk für euch der neue tokyo killer es kudo ich weiß noch nicht was ist für einen titel bekommt aber irgend so was reißerisches damit schön viel klicks drauf kommen clickbait man kennt ihn nein nein wir halten das alles relativ ehrlich mit den titeln weil ja was sollen wir klicken entweder die leute kommen oder sie kommt nicht aber ich hätte schon gern viele klicks weil es einfach cool ist so ja runde acht wir sind weiterhin auf platz eins wir haben 34 sekunden vorsprung vor dem bösen nsx der mit einer rundenzeit von zwei minuten und zwölf in führung ist wir erinner erinnern uns als ich so schlecht gefahren bin mit 2 18er zeiten ist der 2 16er zeiten gefahren also der passt sich immer schön an ihr seht es rechts am bildrand ich würde sagen ich bin im schnitt meistens nur 213 gefahren so jetzt ist zeit aufzutanken und reifen zu wechseln natürlich habe ich nur die komfort weich dabei deswegen werden die auch wieder aufgezogen und ihr seht ja die raute über der 0,9 die zeigt euch an wie viel ihr noch zu tanken müsst um das ding fertig zu fahren und ich habe einfach so gut measure wie der franzose sagt bis zur hälfte getankt und habe dann abgebrochen zack und dann raus stopp dauer waren 13 sekunden ich weiß nicht wie lange wir insgesamt an der box waren sagen wir mal ein bisschen über 20 obwohl das kann man ja hier ablesen genau wir waren 25 sekunden an der box das heißt unsere 34 sekunden vorsprung hätten sowieso auch gereicht oder 38 oder wie viel es waren komischerweise haben wir jetzt oben noch 35 sekunden 36 37 ich gehe mal davon aus dass der gallo eventuell an die box fahren ist nee jetzt sind es nur noch elf sekunden okay es hat ein bisschen gedauert bis er das angezeigt so der zeigt ja auch immer nur von checkpoint zu checkpoint deswegen wahrscheinlich naja aber der onkel gallo fährt noch einmal an die box spoiler alarm deswegen wird er uns sowieso nicht mehr einholen auch wenn er jetzt hier die schnellste zeit gefahren ist sowie spulen noch mal ein bisschen vor da ist der gallo immer noch erster und ich bin eine fiese 216 gefahren weil es die boxenrunde war und hier bin ich nur 1212 777 gefahren in runde 11 in runde 10 und ich glaube jetzt in runde 11 war ich sogar noch ein bisschen schneller wir schauen mal 153 8 war zumindest meine beste zwischenzeit an der stelle ich glaube das war sogar eine 211 also ich sage ja mit dem mit dem karen ist eine 210 schon gut drin wenn man den wissen besser beherrscht ich habe halt viel zeit verloren weil ich öfter mal touchiert habe ja sauber 214 bin ich gefahren und damit bin ich auch die schnellste rennrunde gefahren und habe onkel gallo von der hole verdrängt und ich glaube es ist auch bis zum schluss so geblieben oder hat er noch eine schnelle letzte runde gefahren ich weiß es nicht mehr wir spielen wir ans ende so letzten paar meter gucken wir uns noch an ja also er hat mir extrem gut gefallen der escudo auf tokyo dank für den tipp thomas ich wäre ich wäre ja selbst drauf gekommen weil ich ja gesagt habe wir nehmen den escudo jetzt für alle money grind strecken das heißt wir nehmen den für sardinia wir nehmen den für le mans und wir nehmen den für tokio sardinia und tokyo haben wir jetzt im kasten bleibt noch einer und den machen wir als nächstes mal schauen wie das ding auf le mans ist wird wahrscheinlich abstinken oder wegen den hohen lp wenn es sehen obwohl le mans 700 oder was hat denn das 800 rennen ich bringe die immer durch man also das hier ist es 600 und da bin ich im ziel ja dann müsste doch sardinia das 800 sein und le mans das 700 richtig ist auch egal wir bauen auf jeden fall ein und wir werden damit gewinnen so ja da sehen wir es schnellste rennrunde stroker ace das ist meine wenigkeit mit 21 11,4 27 minuten gesamtzeit und natürlich haben wir am ende unsere belohnung abgriffen von 825 1000 credits ja wunderbar so damit gehen wir zurück zu gran turismo und ich würde sagen wir haben es auch schon wieder geschafft 22 minuten schade 23 meine glückszahl aber wenn ich jetzt noch ein bisschen laber haben wir 23 freunde der sonne ich würde sagen falls ihr noch nicht dann gerne davon gebrauch machen ansonsten hat mich gefreut dass ihr dabei wart es war mir eine ehre und ja ich würde sagen hoppala ich verabscheue mich und reiße hier das mikro ab bis zum nächsten mal und weiterhin gute fahrt machet jod ich bin völlig raus gerade ich muss ins bett aber vorher lade ich das noch hoch in diesem sinne wiederhauen und reingeschauen wachau